... mit dem Scarab auf den... äh, mit dem... äh, Warthog auf den Scarab, ha, das geht auch. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, ma'am. Was steht da? Er ist oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Tang... gru... mh, was? N-Tang-gul-lizzi, N-Tang-gul-lizzi, äh, Leute. N-Tang-gul-lizzi. Das ist immer auch ein geiles Wort, N-Tang-gul-lizzi. Ist immer Folge halt. Alter, den mag ich, der ist cool. Wenn die Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Alter, cool. Geiles Teil. Was hat denn der hier im Magazin, oder? Oh, Mann. Was ist denn da weg? Das ist pures Entsetzen. So viel Darts. Habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Der Scheiß, der könnte dem Maschinen-Gerzizieren würde ja noch verbringen. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen! Marine? Wir holen uns an uns, Gareth. Es ist hier drüben, Sir! Diese, hier oben ist wenn ich auch unter, dann würde ich auch von mir unterspringen können. Dann würde ich auch von mir unterspringen können. Dann würde ich auch von mir unterspringen können. Bei mir bleiben Marines! Wo ist denn die Scheiß? Kannst du in huehen bun und die Wahrscheinlichkeit rittert? Jetzt wird es besser losgefährd. Auf es fort sont noch De increased teils. Oh, böser, böser Sniper, ich hasse ihn. Wisst ihr, Schakale sind überhaupt die Gegner, die machen den Helium am besten. Trotzdem sind die Feiglinge der Allianz, die sich den Eliten nicht zu helfen, erwehrt haben. Genau, ja, weil sie einfach so scheiße sind. Los, weiter, nicht bummeln! Nein, ich werde von hier aus noch nicht auf den Scarab springen, so aus dem Grund, weil ich nämlich einen Battle-Rifle benutzen möchte. Im Übrigen bleibt er da hinten dann sowieso stehen, da kommt er dann nicht weiter. Insofern besteht gar keine Heile. Das Problem für die meisten Leute, auf dem Scarab irgendwas zu treffen, ist auch die Tatsache, dass er sich unaufhörlich nach unten bewegt. Was ist denn so glatt fahren, wird richtig? Es gibt's doch nicht! Meine Güte! Scheiß! Drecks! Sniper! Okay Leute, Plan B. Ich hüffe jetzt doch direkt auf den Drecksgerald drauf. Ich werde alles töten, was sich mir in den Weg stellt. Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort! Schwerter Feigl, halt! Lass dich zu uns zurückkommen! Keine Heile! Ja, aber du! Ey, ist der jetzt gerade vom Scarab untergehechtet? Oh, scheiße gelaufen! Oh, scheiße gelaufen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du wirst schnell und schmerzlos sterben! Geine Ausstellung auf Erfolg für mich! Wir bereithalten! So! Hab ich ja keinen Fall mehr von dir erwartet! Da kommt es nicht weiter, es sitzt in der Falle. Wo da abgewandt? Wo da abgewandt? Tja, scheiße gelaufen. Oh nein, 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 ich hoffe, ich habe das PR jetzt in die Brute geworfen. Ach, Gott sei Dank, das wäre jetzt ziemlich scheiße gewesen. Vorsichtig, Chief, dieser Elite war in Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wow, sehr gefährlich. Ich bin ja überaus beeindruckt von dem Skill und der Gefahr, die dieses Vieh an sich hat. Oh, Volltreffer. Hey, noch ein Volltreffer. Na, scheiße gelaufen, Leute. Okay. Äh, Leute, verbuggte Elite, cool. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, dann gucken wir uns noch auf die Endziehe an. Und dann sage ich doch, bis zum nächsten Mal. Genau so, ihr Schweine, lauft! Die kommen nicht weit, Sachs. Holt den Chief raus und zurück zur In-Amber-Clad. Roger, Mann. Start us. Sir, der Prophet will abhauen. Er bitte Erlaubnis zum Angriff. Negativ, Commander. Ich schicke zwei Proma für Abfangmanöver. Ma'am, Raumriss gleich vor dem Buch des Ziels. Es wird gleich springen, innerhalb der Stadt. Keine Zeit mehr, Sir. Grünes Licht. Grünes Licht für Angriff. Schneller, näher ran da. Ma'am, ohne genaue Zielangabe? Wir dürfen es nicht verlieren. Das ist ein Explosion aller An- und Schwarznäge. Schnee sugar! Ja!